Oh mein Gott! Soll ich jetzt mit der alleine weiterspielen? Nö, das mach ich nicht. Vergibt uns. Miss Wilson. Miss Wilson! Nein! Nicht sterben! Okay, Leute, ihr habt kein Déjà-vu oder sowas, falls ihr euch jetzt fragt, ob ihr das schon gesehen habt. Wir haben das das letzte Mal gesehen. Ich hab total vergessen gehabt, dass ich mein Spiel plötzlich verabschiedet hatte. Das letzte Mal hatte ich nämlich noch die andere Tussi mit dabei. Ich hab mich jetzt trotzdem für Kenny entschieden und ich bereue meine Entscheidung nicht. Das heißt, hier waren wir also das letzte Mal schon mal, nur mit der anderen Tussi. Das zahm ich jetzt erstmal ein. Wir gehen jetzt weiter. Und zwar... Äh... Und zwar... Müssen wir dann... Wo müssen wir denn hin? Hier entlang? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Mein Spiel hatte sich damals verabschiedet und wir sind jetzt einfach an dem Platz rausgekommen, wo wir zuletzt gespeichert hatten. Okay, das bringt hier alles nichts. Das ist hier total falsch, wo ich bin, hab ich das Gefühl. Ich muss wieder raus. Ey, dieser Tanga, ey, da... Man kann nicht weggucken. Mann, da hab ich ne Karte, ne, und ich find's trotzdem nicht. Es ist... Ja, hier lang. Okay. Ich hoffe mal, der starke, muskulöste Mann da hinten ist in der Lage, uns zu verteidigen, wenn's drauf ankommt. Hier rein? Oh, das sieht doch richtig aus. Jawoll! Jawoll! Okay, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Oh, oh. Was sind wir hier? Halt mal, da ist ne Kanne. Oh, ne Kanne. Ne Dose? Kann ich die aufheben? Ne. Laufen wir jetzt aber auch richtig? Ja. So, da müssen wir nicht rein. Von da sind wir gekommen. Oh Gott, ich hab irgendwie echt ein ganz schlechtes Gefühl. Achso! Hä? Ja, das ist das Tor. Aber jetzt... Wie komm ich jetzt da rein? Ja. Scheiße halt. Ja, ist ja gut. So. Wie komm ich da jetzt rein? Hab ich irgendwelche Anhaltspunkte? Hab ich nicht. Ich hab keine Anhaltspunkte. Was mach ich denn jetzt? Hinweise. Brief eines Gefangenen. Blablabla. Blablabla. Keine Zahl. Ich brauch irgendwas mit ner Zahl. Aber ich hab nichts mit Zahlen. Fällt euch was ein oder so? Ja, ist okay. Ist okay. Pass auf, da gab's doch noch nen... Wir gucken mal, was wir hier finden. Wir werden hier doch bestimmt irgendwas finden können. Was haben wir denn hier hinten rechts? Da ist doch auch ne Tür, haben wir gerade auf der Karte gesehen. Was hat das denn? Achso, das ist nur ne Disc. Okay. Da ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Okay, ist gar nichts. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir hier reinkommen überhaupt. Vielleicht kommen wir ja gar nicht rein. Abgeschlossen. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ach, jetzt ist da auch noch ein Kreuz dran. Kann ich jetzt noch in den... ins Schülerwohnheim rein? Was soll ich denn machen? Jetzt guck ich mal, ob ich ins Schülerwohnheim reinkomme, um da vielleicht irgendwelche Informationen zu bekommen. Was ich jetzt aber wirklich nicht glaube, ehrlich gesagt. Schüler wohnheim. Konnte er eigentlich nicht rennen? Er konnte rennen und sie kann es nicht. Er kann rennen, dann renne ich jetzt mit dir. Weil er halt der Sportler ist. Oh, aber er kann es nicht lange. Ah, okay. Dann gucken wir jetzt nochmal. Karte. Müsste jetzt hier irgendwo sein, oder? Ja. Vorhängeschloss? Kein Problem für uns. Jawoll! Vielleicht finden wir jetzt hier was. Wie cool ist das denn? Ich mach jetzt alle auf. Ja, kein Problem für mich. Zack. Und rein. Oh oh. Mit dem Verschwinden dieser Leute ist es verlassen. Oh mein Gott. Passiert noch was? Ja, Töduduin. Ja. Okay, ich weiß zwar nicht, was da war, aber... In Ordnung. Eine Karte. So. Jetzt gucken wir uns doch mal alles... ...schön gemütlich an. Vielleicht finden wir auch irgendwelche Hinweise für irgendwelche Zahlen. Äh, für dieses... ...können wir auch mal... ...können wir auch mal gleich aufladen. Hallo, was ist das jetzt hier wieder für ein komisches Rumgeflüchter? Halt's Maul. Aber jetzt sieht es doch aus, als könnte es hier was geben, oder? Äh, Zeitungswaschnitte über die Vermisstenfälle. Okay. Ey, diese Fledermäuse, ne? Die sind so... ...abgefuckt. Kommt da aus dem Loch dann irgendwas? Dieser Stuhl flößt mir nicht gerade Vertrauen ein. Irgendwelche Hexenaustreibungen oder sowas. Auf jeden Fall war da ein Pentagramm drauf. Okay, wir haben hier jetzt nichts mehr. Ich find nichts mehr. Okay, wir gehen wieder. Nächstes Zimmer. Hier ist nichts. Oh, da war ja noch eine Tür. Da gucken wir auch gleich rein. Bestimmt auch wieder rumschießen. Mann! Haltet eure Fresse bitte immer, ihr mit euren Scheiß... ...mit euren Kackgeräuschen immer. Was ist das denn? Wieso ist das hier so? Ein Rauchkanal. Hat es hier nichts? Chemie-Abenteuer-Romane. Wieso ist da ein Rauchkanal? Hat es jetzt irgendwas... ...ein Licht aus dem Jahr 1953? Der Rauchkanal hat doch irgendwas zu bedeuten, oder? Ich wisst jetzt nur nicht was. Wir gehen weiter. Vielleicht sagt uns das Späte noch was. Boah, dieses Rumgekreischen im Hintergrund. Haltet mal jetzt euer Maul. Was denn? Wo denn? Ah, hier. Das heißt aber, dass jetzt irgendwas wiederkommt, ne? Sollte kein Problem für mich sein. Das sollte ich knacken können. Ja, dann mach's doch auch einfach. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Nichts Interessantes mehr da drinnen. Geil. Hat sich ja voll gelohnt, auf jeden Fall. Wir gehen aufs Mädchenklo. Bitte keine Überraschung an dem Mädchenklo. Da hab ich jetzt nämlich gar keine Lust drauf. Oh, das war aber ein großes Mädchenklo. Oh, da ist ein Loch in der Wand. Da geh ich gleich rein. Jetzt wird's doch mal interessant hier. Da ist nichts. Da ist nichts. Kann jemand anderes von uns hier hoch? Ne, geht nichts. Okay. Dann gucken wir, was hier drin ist. Oh oh. Habt ihr's gehört? Hier geht gleich eine richtig dicke Scheiße vor sich. Im wahrsten Sinne. Okay, wir sind hier auf dem Männerklo. Hier kommen wir gar nicht raus. Okay. Heißt aber, uns interessiert jetzt auch das Männerklo nicht mehr. Und wieder raus. Da will ich nicht kacken, da drin. Männerklo. Mann. Oh oh. Ja, ich fühl mich toll. Das freut mich für dich. Hast du dir auch verdient. Okay, wir gehen jetzt hier rein. Die Tür muss von innen verschlossen sein. Oh oh. Wir gucken uns jetzt erstmal im untersten Stockwerk um. Und dann gehen wir hoch. Was haben wir denn hier? Nichts Interessantes. Hilf mir! Verpiss dich! Raus! Das war jetzt unerwartet. Äh, wie geht's uns? Ja, ich bin leicht angekratzt. Aber das kann man noch verkraften. Ähm. Wir probieren's gleich nochmal. Aber diesmal mit ein bisschen besseren Argumenten. Ich bleib an der Türe stehen. Komm, da war noch mehr Zeug. Gibt's hier nichts mehr? Keine Monster mehr? Okay. Dann gucken wir uns in Ruhe um. Nichts Interessantes. Wenn hier so viele Monster waren, dann muss es hier doch was Wichtiges geben, oder? Nichts Interessantes. Das Ding liegt da einfach auf dem Boden flach wie eine Flunder, aber okay. Oh, da liegt was im Bett drin. Eine Leuchtgranate. Sehr nice. Die Frage ist nur, ob ich mir dann... Also, ob ich... Munition für die Pistole? Ob ich Kenny damit dann nicht schade. Das auch gar nichts? Hm, jetzt nichts. Esszimmer für die Ratten. Okay. Jetzt absolut nichts. Okay. Ähm, ich frag mich jetzt zwar, wieso das hier alles so voll war mit diesen Viechern, aber wir werden wahrscheinlich noch... Was krasseres finden. Gehen wir mal... Ach so, stimmt, der hier war zu. Ähm, hier hat es jetzt nichts mehr gegeben, oder? Doch, hier... Alles klar. Zu, zu, zu. Alles zu. Wir gehen hoch. Mal sehen, was jetzt hier auf uns wartet. Was ist da? Ich hoffe, ihr seid ready! Wir brauchen ein Gegenmittel. Mir geht's gar nicht gut. Ach so, ähm, ja, dann... Probieren wir dir einfach mal gleich... Äh, verwenden. Ja, ich fühl mich toll. Vielleicht geht's jetzt, ja. Das sollte ich knacken können. Ja, dann kommt doch was, wenn ich das jetzt mach. Das ist so... Vorhersehbar. Ich finde es so cool, dass die dann zur Schmiere stehen. Okay, checken wir das aus. Dass ich den Kamerawinkel halt nicht ändern kann. Auf jeden Fall ist da hinten was. Da ist so ein schwarzer Rauch. Wuhu! Okay. Ich glaube, ich hab mir gerade ein bisschen meine Hose vollgemacht. Ich hätte nicht so stark drücken dürfen. Ich glaube, dass mir jetzt was in meinen Schlüpfer gerutscht. Jetzt haben wir... Hier hat's einfach nix. Was ist denn los hier? Hier muss es... Munition für die Schrotflinte. Was ist das für ein Brief? Gar nichts. Jetzt auch nichts. Stimmt doch voll was, ne? Das kann jetzt sein. Ich werde gerade echt misstrauisch. Ich brauche diese scheiß Heilmittel und ich brauche diese scheiß Nummer. Abgeschlossen. Was? Ich kann jetzt nix mehr machen. Oh, hier geht's noch lang. Keine Angst. Das ist nicht sehr stabil. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Gott. Wir krachen runter. Oh Gott. Oh Gott. Ist die jetzt tot? Nein! Nee, oder? Oh mein Gott. Soll ich jetzt mit der alleine weiterspielen? Nö, das mache ich nicht. Okay. Und was mache ich da jetzt? Ja, ich bleibe hier. Okay. Ich gehe mit dir. Ich bleibe hier. Bleib hier. Abgeschlossen. Kann ich da nicht lang? Ich habe Angst. Oh Gott. Ich breche ein. Nee, tue ich nicht. Heißt es? Was ist, wenn ich jetzt einfach wieder rausgehe? Kann ich ihn da jetzt so mitnehmen? Ja, probieren. Oh mein Gott. Ist die dumm? Äh. Ich bleibe hier. Keine Angst. Ich laufe nicht weg. Oh mein Gott. Passt auf, ich weiß, wie ich es mache. Ich sage, folge mir und gehe dann da rein, oder? Ich bleibe hier. Okay, ich folge dir. Jetzt darf man jetzt reinfallen. Jetzt müsste er eigentlich mit dabei sein. Jawohl, geil. Huh, okay. Was haben wir denn hier? Okay, warte mal. Ähm. Mit einem Baseballschläger. Okay, ich gehe mit dir. Ich bleibe hier. Okay, ich gehe mit dir. Da sitzt doch jemand da hinten. Ähm. Tschüss. Ich gehe mit dir.